So, das war ein langer Ladevorgang, den habe ich bestimmt rausgeschnitten. So, und da ist diese coole Insel und hör auf zu lägen, du behindertes Scheißspiel. Ha, der ist so klein. Hier, quiche Entchen. Böse. Oh nein, das ist evil-spiel, das ist der Papier, oh mein Gott. Und jetzt, wer zieht den kürzesten? Und alle mal hin und her tauchen. Meine Frage, wie hat sich eigentlich David uns gerade bewegt? Jetzt kommt er nicht wieder her. Von Tom, Tom, mit einer Mitbrauch. Gut, also dieses Level habe ich noch nicht gespielt, da ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass... die Aufnahme aus ist. So, und der Bum. Alles auf dem Schiff verteilt. Ein Ding hat er noch. So, und groß, größer. Haltet sie mal auf, da. Und du da, äh, ja. Du stehst da einfach mal rum. Gut, wir können jetzt Barbossa, Captain Elizabeth und Wilton. So. Es tut mir leid, dass es lag, aber ich kann jetzt leider gar nichts daran ändern und ich möchte einfach nur den Rest heute noch aufnehmen. Also von diesem Film. Ich muss das aufnehmen und dann... So, hier war, ähm... Das weiß ich noch, äh, so weit war ich schon. Hier war der, äh, das... Nee, der wahre Pirat hier war bei 35.000, genau. Gut, ähm... Da müssen die ganzen Sachen rein. Und... Da unten brauche ich eine Fackel, genau so war das. So, weit war ich auch schon. Zack, zack. Dann ist nichts weiter. Hier ist Glas. Da muss man irgendwie unterkommen. Ich weiß noch nicht wie. Können wir eigentlich die Glocke hier... zufällig irgendwie kaputt machen oder irgendwas machen? Wo ist eigentlich die Fackel nochmal gewesen? Ach, egal. Nehmen wir jetzt mal... Und... Werfen nach hier oben. Und jetzt auch, ja, genau, man konnte daher noch oben klettern. So, und dann haben wir hier gleich mal eben. Erstmal hier Nummer 1 von den Sachen. Ui, war der Pirat schon. Mit mal zehn hat man das... Schon fast noch, obwohl... Ja, schon noch so ein paar blauen, dann hat man schon. Hier hätten dann vier blaue gereicht. Drauf kloppen. Ja genau, hier haben wir den... Sonnenschirm für diese Pussy hier. Dann kriegen wir nämlich sein Auge. Das ist ja auch ein SESA 98 Realism Münzen. Und nicht daneben werfen, du bist ein Honk. Will, du kannst nicht treffen, du wirst nie Basketballspieler. So, hier wird noch ein Stück größer, okay, die Aufnahme läuft noch, na gut, sonst wird es auch nicht so lägen. Ach ja, gleich wird der Kampf bestimmt richtig lustig, weil hier wird ja natürlich noch ein Kampf stattfinden. Genau, als Willgin das ja hier oben auch. Nein, das wollte ich nicht. Egal, wir nehmen einfach ein Lübebistern. Ist ja auch egal. Kommt man einfach hier ran. Zack. Dann kann man hier eben... Genau hier habe ich gemerkt, dass... Beziehungsweise nicht ganz hier, aber... Also ich stand auf jeden Fall hier oben drauf und habe gerade dieses Ding abgeschossen. Oh mein Gott, ich hänge. So, hier unten kriegen wir das... Croissant von dem Mongo. So. Das kommt natürlich auch direkt mal hier rein. Zack. Und wachsen. Hier kriegen wir die Wurst. Hinein. Noch ein bisschen wachsen. Vier von acht. Und dann gucken wir kurz mal hier durch. Ich weiß nicht genau, was mir das bringt eigentlich, ob wir da nochmal durchgucken müssen irgendwann. Ich habe ja mal kurz zurückgeguckt, da war aber nicht wirklich was. Mal vielleicht ein Wasser gucken, nee, gut. Okay, wir brauchen jetzt noch die Trompete oder was ist das? Keine Ahnung, ein Horn oder so. Ach, ja genau, das hier. Es tut mir wirklich leid mit dem Lägen, aber ich kann leider nichts da ändern. Oh, das wird schon eklig hier. Ich könnte schon nichts mehr machen, aber wir brauchen natürlich noch das Letzte. Fällt ihr euch mal mit drauf, oder? Oder brauche ich da irgendjemanden richtig fetten oder so? Was muss ich machen? Kleber, 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 kleber. Das ist irgendwie... Ach ja, hier wäre die eine Fackel gewesen. Beziehungsweise zwei sind das so, glaube ich. Ich nehme mal kurz hier Bob Osser, einfach nur so, weil es lustig ist. Gehe dann hier hoch. Und hänge mich hier völlig aus Versehen dran. Und fall runter. Dann nehme ich hier Elisabeth. So, dann stellen wir uns da hin, einmal noch mal rüber und hier einmal rüber. Einmal noch ganz unten und das bringt natürlich jetzt auch viel, auch Gotteses ein Bild. So, dann kann ich da etwas kaputt hauen, nein, kann ich nicht. Komisch, muss ich da unter vielleicht noch was stellen oder so? Ah. Wo könnte das Ding sein? Hallo? Ach, Elisabeth. Sei doch mal schlau jetzt. Okay, da war schon wieder ein Form von... Äh. Was ist das denn gewesen? Äh. Ja, von Avira. Antivirenblabla. Naja. Ich verstehe es nicht, was muss ich tun. Wo muss ich hin? Kann ich hier nicht irgendwas machen, das schieben oder so? Nein. Da geht er auf jeden Fall runter. Ich verstehe es nicht. Hä? Und mir ist auch aufgefallen, hier unten, unter den Sachen steht der Name der, äh, das Levels, aber das, nur nebenbei. Aber jetzt trotzdem, was muss ich machen, Mann, ich kann hier überhaupt nichts machen, ich hab' zu wenig Leute, ich hab' nichts, ich kann... Das Ding könnte ich explodieren lassen. Irgendwie, aber das geht auch nicht, weil... Ich hab' ja niemanden zum Explodieren. Und hier ist auch sehr seltsam, weil hier passiert auch nicht wirklich was. Genau genommen passiert hier gar nichts. Und hier ist auch einfach. و